So, da sind wir bei einer neuen Folge und einer gottlosen Mod-Folge. Das ist natürlich jetzt voll jetzt die Ansicht gefallen. So. Ja, wir müssen leider hier dran. Das ist so cool. Ja, toll! Männliches Blut. Oh Gott, und dieser... Pferd schlägt gar eine Wand nach. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Gut, dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeigt mal, was du zu bieten hast. Hallo. Ja, Mutter. Hallo. Ah! Ah! Pss! Psss! Pssss! Hm. Was ist schon immer so gepät? abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Hey. Stopp. Was? Was ist das? Hört sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Das ist mich. Unter! Oh. 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 das gute ist ich werde die alle töten ich bin wegwälder ich kann nicht weg ich dreh durch jetzt versuchen wir hier runter zu kommen ja alles gar kein problem das hat schon gewöhnt mit den händen sie sind doch völlig krank unglücklich die haben ein bisschen wodka so nehmen weiter ich weiß nicht öffnen das ist nix das ist nix das ist nix ja gut dann können wir eigentlich praktisch gesehen oder praktisch und pragmatisch gesehen können wir hier raus ja ok raus hier ok ich habe hier noch nicht einen schloss geknippt ok wir müssen hier raus diese bilder ich kann nicht mehr oh mein gott oh mein gott oh mein gott riecht da was ok ja gut dann gehen wir mal hier durch was haben wir denn schon zu verlieren oh mein gott mhm ratten nehm nehm ok ich muss mal ein bisschen lauter machen weil sonst höre ich wieder nichts so laut ist auch nicht aber von sportbildern ein roten reing ich will jetzt aber gerne und der wand grinst uns gemütlich so sieht man sich wieder was machen sie hier wenn es was zu verdienen und hast du deine tochter gefunden nein wenn sie wirklich hier ist hält die herren des hauses sie doch sicher in ihrem privaten gemächern fest denkst du nicht genau die sie dich doch mal dort um vielleicht hast du glück apropos umsehen brauchst du irgendwas soll ich etwas für dich auswählen wir gucken mal werkstatt wenn du willst kann ich deine waffen aufrüsten gegen eine kleine gebühr versteht sich waren weiß ich jetzt nicht wir sammeln noch ein bisschen aber es sind munition hier habe ich drei ohne ende ankauf beachte mich gar nicht erst mal ich glaube ich okay wir können aber auch einmal speichern ja perfekt gucken wir mal was war was erstes rein sehr sehr gut Wir müssten doch irgendwo... Ah, da. Macht der mal eben kurz ihre komplette Einrichtung kaputt. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Können wir hier schon rein? Ja, sehr gut. Untersuchen. Ja, hier kommt die Flasche rein, ne? Ja. Hier kommt die Flasche rein. Aber ich bin im Keller. So. Äh, wir müssen... Äh, wir müssen... Äh, wir müssen jetzt nicht rein. Äh... Okay. Cool. Kaputt machen. Äh, aufmachen. Okay, da ist nichts drin. Der Ring kommt da rein, ne? Hm... Kommt der Ring nicht hier rein? Okay, ich bin ein bisschen verpiept. Ah, okay. So, hier kommen wir auch nicht rein. Da hätte ich schon so Ehrlichkeiten her, als ich gespielt habe. Äh, ich bin ein bisschen verpönt. Aber, ich bin ein bisschen verpönt. Ich bin ein bisschen verpönt. Hm. 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 So, das regelt. verhüllt fand ich hier noch irgendwie ne da hab ich schon da hab ich schon ok natürlich kommen wir nicht mehr raus nichts passiert ach so das haben wir schon gehabt ich will noch irgendwie basen oder so ok das kann man so machen ok ok ich weiß nicht ja mach den da bitte mal sauber äh sauber in der anderen Seite verschloss ich kann nicht mehr das ist nichts das ist auch nichts Inventor, warte mal ja, ich wusste doch, irgendwas war es gewesen so, jetzt steuerung ja, okay, klar, kommt ne, muss aber jetzt nicht werden und Schuss so, gut, dass ich wusste, wo ich hin muss so perfekt ich werde hier sowieso tören da steht ja schon okay, da steht auch die Weinflasche okay, nehmen okay, alles klar eigentlich hättet ihr mich da sehen müssen, ne eigentlich aber, okay, lassen wir den jetzt mal so stehen ach nee ja, okay ja okay, ich muss ich weiß noch nicht mal, ob es irgendwie eine einfache Variante hierfür gibt oh, ist das so ah, okay wir sind im keller okay ähm mhm naja naja okay okay da müssen wir irgendwo was fliegen ja hier einmal ja, hier einmal okay das sind diese Informationen von der, äh ich weiß nicht, was sind das sind keine Toten die sind aber auch nicht lebendig die sind aber auch nicht lebendig oh jei jetzt das ist Maria okay ich kann mich halt for real nicht mal alle jump jump ja verändern das ist es das ist ich kann mich bein auf bein auf okay sehr schön jetzt gut ist es auf jeden Fall schon mal, dass ich na komm, komm raus komm raus Ist die noch nicht tot? Nein, die ist noch nicht tot. Oh Gott, schön. Okay, alles klar. Ich verlaufe mal ein bisschen. Gott, tschüss. Das sind aber auch echt viele Kugeln, ne? Okay. Ich stehe ja nicht auf. Ich habe auch mit... Ingrids Halskette. Nicht aufstehen. Perfekt. Das müsste das Gewäse sein. Ich lad mal auf. Achso, okay. Ich brauche Schlüssel, ne? Ich brauche Schlüssel. Ah, ja, genau. Ich erinnere mich. Das ist mal hier. Kassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Hm. Okay, wir gehen erst mal hierhin. Na ja. Okay, ich kriege noch nicht schnell Platz. Deine Kugeln können mir nicht an... Das ist mir egal. Ich werde dich trotzdem töten. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Ach, scheiße. Aua. Axt es unzherab... Wie viele Kugeln habe ich jetzt gebraucht? Fünf? Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Cool. Aber die sind mir nicht schon mal erledigt. Aber du kannst noch nicht auf was geschossen haben. Hm. Hm, da ist die Flasche. Sehr schön. Sehr schön. So. Die ist natürlich jetzt sehr sauber darüber. Rückstoß. Das nimmt mit. Ein Dietrich. Können wir die Schublade hier aufmachen. Äh, nee. Äh. Ja. Nehmen wir mal mit. So. Komm ich gar nicht hier um. ich glaube noch ist die noch nicht so wirklich alarmiert deswegen ja schlitten schluss aufschluss jetzt haben wir das schon mal wir haben jetzt ok wir haben keine von den ok der schlüssel passt nicht aber ich muss da rein auf jeden Fall ja hui mach dich mal weg ok noch sind die Milch auf jeden Fall hinter mir her oh geschäft erweitert hat sie gut an aber gerne was haben wir denn naja erweitert würde ich jetzt nicht gerade sagen ne das würde ich jetzt nicht gerade behaupten aber wir können unsere Scholli ein bisschen äh Nachladegeschwindigkeit machen wir mal die Magazin ich muss ein bisschen hören beachte mich gar nicht ja 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 wineglas das ist griff halt das ist nicht zufrieden ich finde das ist ein fairer preis doch ich bin sehr zufrieden so Nachladegeschwindigkeit und die Feuerkraft auf jeden Fall das ist so sehr gut danke für deine Treue Kugel Kugel hab ich nicht ne ok joa gut war ne hektische Folge aber untersuchen achso ja ja gut dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter weil in der nächsten Folge holen wir dann auf jeden Fall die äh Figur beziehungsweise das erste Steinfragment was wir brauchen ähm aber dafür müssen wir halt in diesen Raum da oben rein joa das wird auf jeden Fall lustig Jut jut dann sag ich mal bis zur nächsten Folge und haut dir rein guckst du weiter später da Herr ha ja auch das ist auch du w w w w w w w Bis zum nächsten Mal.